Oh bitte, als würde ich einen Schüler herannehmen, der bei einem solchen Widerling wie nachher immer gelernt hat. Ihr seid bereits verzogen und verdorben. Wenn ihr die Zeit zehn Jahre zurückdrehen könnt, ruft mich an. Entschuldigung, sorry. Wenn ihr die Zeit zehn Jahre zurückdrehen könnt, dann macht mir bitte noch einmal die Aufwartung. Naja, unser Thema ist eigentlich schon abgeschlossen. Zulamin hat gesagt, wir fahren nach Perikum. Also fahren wir nach Perikum. Tini, euren Warenamen habe ich auch rausgefunden. Ich kann euch anrufen. Bitte sehr, bitte sehr. Tut euch keinen Zwang an. Ich würde ihn gerne fahren.